Titel doch in weitere Ferne gerückt. Da kann ich drüber nur leise lächeln. Und ohne galgen Humor muss ich festhalten, Austria Salzburg hat im Vorjahr mit fünf Punkten geführt und es waren nur mehr wenige Runden zu spielen. Heuer haben sie mit vier Toren Vorsprung hier im Horststadion gewonnen. Abgerechnet wird zum Schluss und am Kräfteverhältnis hat dieses eine Spiel auch noch für sich nichts geändert. Na ja.